Hallo zusammen, Eizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Bilderbuch bucht, anzunehmen bei Gazlowe in Mehergon, an dieser Position. Vor Quest ist, auf nach Mehergon. Nehmt die Quest also an. Nun heißt es, schnappt euch ein Jetpack. Das darf man hier machen. Goblin Landeplanke. Benutzen einfach. Das läuft automatisch. Falls ihr meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dürft ihr gern den Kanal abonnieren und oder dem Video einen Daumen hoch geben. Oh, das hat ziemlich gewickelt. Ein bisschen viele Effekte. Ich habe mittlerweile auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Da poste ich die Software, was ich bald aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Jetzt haben die zu Ende gequatscht anscheinend. So, Quest ist abzugeben bei Gazlowe in Mehergon, an dieser Position. Hoffen, mein Video konnte euch helfen. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.